Ja, halloche meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Anno 14 und die 4. Die erste Anno-Folge, die ich aufnehme, in der Zeit, in der ich nichts aufnehme. Äh, nein, äh, ja. Äh, doch, nein, äh, vielleicht, nein, ähm. Die erste Anno-Folge in der Zeit, in der ich nichts hochlage. Ich hab bereits den ersten Praktikumstag hinter mir. Ich muss sagen, bin sehr angenehm überrascht, also... Die Typen da beim Praktikum waren genial, also die sind wirklich... Viele von uns sind eben den Luxus des Sultanspalastes gewohnt. Ja, ähm, die Typen waren da wirklich genial und, ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, da auch später richtig zu haben. Na, egal. Jetzt spielen wir erstmal Abyssalé Anno, ne? Die muss hier auch mal sein. So. Ja, es ist immer noch nicht draußen, wann endlich Anno... 14, äh, nein. Was rede ich da von dem Stoß? Ähm. Nichts kann uns standhalten! Nein, ich weiß nicht, ich meine, 14, nein, äh... Ich sag schnell. Genau, wann Anno 2070 rauskommt. Ich habe, ich war, ähm, ich mache mein Praktikum in Hamburg und da war ich im Saturn, dem Feldgröß, dem dortigen Saturn, am Hamburger Bahnhof, dem Feldgrößten Elektrofachhandel. Und, ja, habe dann mal geguckt und, ne, zu Anno 2070 ist da noch gar nichts. Kein Release-Termin-Klinge, aber das ist meine Frage, wenn es kommt, haben sie gesagt, das ist ein Schwer. Mir gibt es alles, was wir brauchen. Ich habe gesagt, keine Ahnung, das ist gut. Ähm. Einer Handelsroute fehlen die Waren. Ach ja, genau. Pro, äh... Ja, ich weiß. Ähm. Pro 100 Gesandte, was soll es sein? Komm mal rein. Ähm. Mein letztes Angebot, 100 Goldmünzen und diesen Gebetsteppich oben drauf. Meine Güte. Ich brauche nur über heute, äh, die Städte, die besiedeln werden, werden auch. Hier meine Tickets ein bisschen hoch. Schnellen. Gut, eins kann man jetzt nicht hochschnellen. Aber auch. Bäm, das reicht schon, um das hier aufzubauen. Ähm. Ähm. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Aha. Ja, ja. Ja. Was ist das? Ich gratuliere euch zu dieser prächtigen Stadt. Die Perlen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen Perlen jetzt ausreichen für so viele Leute Gesandte ist, die mich jetzt verdrängt. Da habe ich gerade keine Ahnung. Gut. Gut. Ich habe sowieso keine Ahnung. Aber, ähm. Dann soll das auch nicht alles andere sein. Die traut hier nichts mit zu tun. So. Und dann weiter bis hin. Ja, siehe. Oder auch nisch. So. Ach ja, hier. Das stimmt mein Herz glücklich. Auf die Mannschaft. Die Ansprüche vieler Gesandter sind eben gestritten. Ich mag sie, die Gesandtenbesitzung. Ihr habt viel über den Orient gelernt. Wie soll ich sagen? Freundlicher formulieren als die, äh. Ähm. Als ihr, äh, armbländiges. Pandor. 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 Äh. Pandor. Äh. Keine Ahnung. Pädor. Genau. Pandor. Pädor. Ah. Egal bevor ich mich hieß hier noch. Ich bin Lateiner. Ich muss das nicht wissen. Ähm. Ne-na. Ne-na-duu-dy-dut-ts-ts-ts-ts-t-ts-ts-ts-ts-t-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-tss-ts-s-ts-t s-ts So. Und schräg. Was soll das auch besser sein? Nein! Da hab ich vor den Knick negat. Pff. 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 Pff... So sieht es aus. meine Damen und Herren, Freunde der Sonne. Mein Morosa Icke ist auf Dauer zu wenig. Viel schweinig. Die Schweizer Icke ist da unten. Ich bin das Besten. Meine Ernennung zum Großvisier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. Unser beider Welten rücken immer näher zusammen. Der Sultan sandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Viele Gesandte wollen nicht in eurer Stadt leben. Sie sei zu provinziell, sagen sie. Nun, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele mehr Taucher halten. Man dafür braucht... Na ja, zum nächsten Mal werde ich mir wieder mit Schlossbuch zu warten ziehen. Wie läuft es eigentlich immer mit der Versorgung? Das ist glaube ich, das ist ja immer so. Sprücher wird auch knapp. 440 K. Bist du zu verweichlicht oder stemmst du den Auftrag? Halte mich nicht zum Narren. Ah, ihr seid zurück. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist ja klasse. So. Und dann was noch da hin. Herzlich willkommen. Hallöchen. Ähm. By the way... Habt Verständnis, wenn Ross und Reiter eine verschnauft. Nein, hab ich nicht. Ich hab kein Verständnis. Dann wird sich das wahrscheinlich auch auf die erste Folge verschieben. Guck mal, wir haben 8 Minuten schon ver-daddelt. Ähm. Bödes Zucker kennt sich jetzt den ganzen Tag nur vom Computer. Nö, schon. Was tut mir so ein Podicum, das ist mir vom Computer. Ich durfte den Laptop, äh, resetten. Das war toll. Podicum 1. Schon mal eine Sache, ey. Ah, scheiße. Ja, ich bin gut. Verdammt. So. Dann hätten wir das auch gekriegt. Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut. Okay. Anlegen. Der aber noch nicht auf... Der, der, der... Maah, was ist denn gerade los? Die aber noch nicht aufgefüllt wird, so. So, sei es. Boah, zwei Perke am Sporaz. Aber nicht genug, um so zu dir. Ich hoffe, ihr... einschneiden jetzt erst ihr wollt das Ding am nordöstlichen Ufer haben, jedenfalls der eine der mir geschrieben hat und das war auch so meine Idee da habe ich bestochen, dass er das tut dass er sagt, ja, warum dahin das Eure Idee gefiesent, dabei war es aber gar nicht was gut, damit sind unsere Kapazitäten für die nächste Zeit erst einmal ausgelastet, aber ich finde das Ding arm diese Speicherstadt wird euren Hafen über alle anderen erheben kann der Baubegehung hervorragend ich weiß gar nicht, aber ich habe genug Holz und seht nur die Baustelle ist völlig verwaist welch alles wartet darauf, dass der Ausbau fortgesetzt werden kann die Baustelle ist völlig verwaist die Baustelle ist völlig verwaist Zur Verbesserung. Ich werde auch später mehr als zwei Eisenspannung brauchen. Einmal ist gewusst, zweimal ist gewusst. Das du dir malst und benutzt. Wir haben den dritten Stein verkohlen. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Gott sei's gedankt. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Ja, ja. Die Ritter sind noch völlig erschöpft vom Letzten. Ja, ja, ja. Die simulieren. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Denkt ihr nicht, ihr solltet meinesgleichen etwas mehr bieten? Das wird mal eine Versuchung mit Perlenketten ein bisschen gesteigert. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Jetzt habt ihr schon einmal so viel... Ich bin nicht offen. Im Herzen verballert euch da 120 Tonnen. Auch bei dem Eisen rein... Hier sind wir am Baum. Das war ein fleißig am Baum. Und dann kommst du jetzt ein Bade raus. Eine Schienendungsgute Frage. Auf der ich gerade keine Antwort habe. Warten wir noch ein bisschen, bis ich das hier alles komplett ausgebaut habe. Ein weiterer Adelstitel. Somit haben wir nun 1.700 Adeliege in dieser Stadt. Eine ziemliche Menge. Die Männer anbauen. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Mit Gottes Hilfe hat das nicht viel zu tun. Kann ich mit der Weindruhe zum Schluss anfangen? Nein, natürlich nicht, dass der Bauch steigt. Drei Wein werde ich brauchen. Oder? Äh... Vier Wein. Einmal Wein versorgt 1.000 Adeliege. So kann ich rechnen. Tada! Der Stadt herrscht ein Plus von 6.000. Und hier haben wir die maximale Anzahl angesagt. Erreicht. Das Finish Prima. Aha. Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Gott sei's gedankt. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Also die nächste ist nur noch Mauerwerk. Auch nur eine ziemliche Anstrengung. Ähm... Kaiserdung und Sultans Moschee werden übrigens in Zeitraffer. Also ich werde schon schwer schnell aufnehmen und dann nochmal zu Levegas ein bisschen schneller machen, weil... Und... Wollt ihr was wirklich... Ich werde jetzt sehen... Also ich werde den Anfang der IS nur ein paar Auf... Okay. Ein paar Aufbaustufen machen, aber... Jetzt ehrlich, den ganzen Kaisel so... Ein bisschen langweilig, oder? Aber da hätte ich gerne eure Meinung... Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Bis zum Ende jetzt sehen, oder... Sagt ja... Nö... Teil reicht... Rest... Also du zeigst uns den Anfang und dann sagt uns immer wieder eine andere Stufe. Das lässt sich einrichten. Ich werde versuchen... Ich werde versuchen dann, ähm... Ähm... Da ja halt nichts zu machen... in der Zeit. Also nicht viel zu machen. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Warte mal kurz... Ah, ich dachte es hat... Am Telefon gelohnt wird... Ich habe mich mal wieder nicht gemeldet. Ich brüße es etwas nicht. Ähm... Ah ne, das ist gar nicht das Telefon. Ich habe meine Lautsprecher bisschen leise gemacht... Und dann hört sich das Anno gedudelt so an wie eben... Mit dem Telefon... Die Rüstungen sind verbeult... Und eines der Rösser lahmt. Ja, ja, ja... Such noch weiter aus... Auf... Aufreden... So... Können derzeit nicht viel machen... So... Ausat zu sehen... In Hau zu sehen... Ich lege meine Kinder... Bei einem... Als... Zwei... Zwei... Drei... Vier Mal Leidenkunden... Das muss ja irgendwie mal passieren... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Als letztes wird es wahrscheinlich die Errungenschaften sein, die Metropolenaufträge. Das wird der Rest sein. Das App-E-Scharfen-Holler, wie es so schön heißt. Gut, dann kaufe ich mir erst mal Rohstoffe. Und warum? Weil ich es kann. Nichts außer Brot haben sie hier. Ich werde daraus mal, aus fünf mache ich sieben Hanfplantagen. Das heißt, ich brauche 14 von den Viechern hier. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Und jetzt sage ich auch Steinkohle. Also ganz frech gefragt in der Nähe und Umgebung. Aber hier gibt es ja Steinkohle. Hier all die Städte der Produktion. Und jetzt sehen wir uns nochmal das Ding aus der Postkartenansicht an. Das war's jetzt schon mal. Ne? Stimmt, meinst das? Gut, dann scheinbar, ne? Guck mal so unser ganzes Reich in der Postkartenansicht an. Wie geil, dass Arno 2070 sein muss. Da und die Kurve und dann hier, wo die Hauptstadt. Da und die Hauptstadt. Einer Handelsroute fehlen die Waren. So, da muss ich mal kurz aufhört. Ich bin auf dem guten Weg. Auf dem sehr guten Weg bin ich. Hier war dann geradeaus. Und über das Meer. Oh, da ist es hier. Da ist es. Nicht zu glauben, dass wir einst in Zelten hausten. Die Stadt der Produktion. Aschgott. Perltaucher. Und dann gehen wir weiter. Tatsache. Tatsache. Die Teilweise ist ja echt nicht gut. Das ist ja gerade verschwunden. Kommt er wieder. Na? Na? Da ist er ja wieder. Nach Luft und Flüsten kommt er wieder raus. Fleißig und emsig gearbeitet wird. Egal. Und ich sehe gerade, wir haben maßlos überzogen. Das letzte Turnier fand doch erst kürzlich statt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Sprecher stativ platziert wird. Was mir noch übrig bleibt ist, haltet die Ohren steuf und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play. Anno 14 und die 4. Tschüss.